Im Saarland lässt es sich gut leben. Jeder kennt jeden. Ich habe hier viele Freunde, vor allem meine Familie. Viele gehen mal weg, kommen aber immer wieder zurück. Ich war lange in Paris, in Berlin, aber meine Heimat habe ich nie verloren. Ich mag das Saarland, ich mag die Offenheit der Menschen. Wir essen und trinken gerne, wir sind einfach gerne unter Leuten. Im Holz bin ich aufgewachsen, habe hier immer noch Freunde aus der Kindheit, aus den Vereinen und es ist immer schön, wenn man auch zusammen Fußball und Tennis spielen kann. Wenn man viel unterwegs ist, genießt man die Zeit mit der Familie ganz besonders. Meine Vision ist, dass das Saarland zum digitalen Vorreiterland wird wie Estland. Wir müssen die Verwaltung digitalisieren, wir brauchen vor allem weltbeste Bildung für unsere Kinder. Wir haben einen Investitionsstau bei Kitas, Schulen, Hochschulen, Straßen und vor allem der digitalen Infrastruktur. Das Saarland kann es sich nicht leisten, weiter Steuergelder zu verschwenden. Wir müssen investieren in weltbeste Bildung. Das Saarland ist ein tolles Land, kann aber mehr. Wenn gute Ideen bleiben sollen, muss sich Politik bewegen. Das neue Saarland schaut nach vorne und schafft neue Möglichkeiten. Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme bei der Landtagswahl. Ich bin Oliver Luxitsch, Spitzenkandidat der Freien Demokraten.